Das ist die tänzerische Interpretation eines Stierkampfes. Und ein rotes Tuch war für die beiden das Training. Bei Paso Dobe ist es ja ein Paartanz. Der Herr muss halt führen. Aber es ist für mich halt immer wichtig, so bei jedem Paartanz, dass die Dame dann auch gut aussieht. Dennis' Stärke ist, dass er ein sehr natürlicher Tänzer ist, sehr sympathisch ist. Allerdings von seiner Charakteristik nicht unbedingt so spanisch, wie ich mir das vorstelle. Genau. Du nimmst das Bein nach vorne, du bringst das Becken nach oben, ganz genau. Und diese Position nennt sich dann Tote Oma, liebes Fahnsi-Publikum. Das ist eine ganz klassische Passage aus den Paso Dobe. Sieht das auch wirklich so aus? Ja, und die Schenkel sind geschlossen. Ja, Tote Oma, ich weiß auch nicht warum, aber Dirk meinte, das heißt so, und das hat man früher immer so genannt, gut, aber Mike wird erobern. Eva macht das ganz toll. Eva hat eine unheimliche Begabung und auch ein unheimliches Gefühl für spanische Musik. Jetzt kommt sie wieder hoch. Genau. Ja, aber nicht so, dass du mir die Glocken anhörst. Die Frau soll sich ja nicht an die Wand tanzen lassen, weil die Frau spielt auch eine sehr große Rolle im Paso Doble. Und auch wenn die Frau weniger Schritte macht, muss sie umso mehr Aussprallung haben und aufzufallen. So, und jetzt hätte ich gedacht, dass das mal so ein bisschen kuschelig wird. Das ist alles durchaus erotisch. Ganz besonders, wenn man das mit mir tanzt. So, probier das mal. Also ich denke, dass die Choreografie, die ich gemacht habe, zu dem Stück Malagenia, eine sehr anspruchsvolle Choreografie ist. Und ich denke mal, dass man die auch gut tanzen muss. Und wer die nicht gut tanzt, der kann auch, glaube ich, nicht gewinnen. Ich fasse mal zusammen. Es geht um Glocken, tote Omas und viel Rotik. Naja. Hier sehen wir zu einem Song von Katharina Valente mit einem Paso Doble, Eva und Dennis. Die Stadt der Mar Nunca mehr Te podrei Olvidar Y en tu playa Yo fui feliz Y en recuerdo Decavando a ti Decavando a ti Canta esta canción Malagenia De ojos negros Hermosa flor Malagenia Eres tú Mi amor Que me llene Rino Tu Ay Deja Dibes Malagenia Yo quiero Tu amar Iva und Dennis mir ist er so heiß ja, Aziz war es ein Passo Doble oder ein Passo Doble? Nein, nein, Dennis und Eva das war der Hammer Dennis, ganz besonders der Anfang was du da gebracht hast mit den Knee-Spins und am Ende mit den Knee-Walks super, super klar und auch eine tolle spanische Körperhaltung hast du gehabt ich dachte erst, du bringst es zusammen, aber nein du hast es gehalten Eva du hast das schon letzte Woche im Tango so toll gemacht wenn du dich hier hinstellst und diese Persönlichkeit auf die Fläche zauberst das ist wirklich 1A herrscht 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 herrscht